Als Corinna 14, Markus 15, das erste Mal traf, dachte sie nur, wow, ist der scharf. Fragte gleich in ihrer Clique, ob ihn jemand kenne, von wegen, dass sie jemand Namen und oder Alter nenne. Denn a day later in school, dann ein Tag später in der Schule, sah sie ihn, während sie quasi ihn observierte. Und ob das offen ab werden würde, wird sich zeigen, als er die 9A betraf. Und wie der Zufall spielte, kannte Corinna, Steffi aus derselben Klasse. Steffi kannte Stefan und Stefan kannte Markus, war gut mit ihm befreundet. Na toll, doch wie kommen Corinna und Markus jetzt zusammen? Sie entscheidet sich für das Partyprogramm, nach zwei Wochen Planung wurde langsam klar. Corinna macht ne Party und alle sind sie da. Markus kommt mit Stefan, denn Steffi liet sie ein, der Höhepunkt ist sammend, Markus kriegt seinen Bein. Corinna macht sich Sorgen, Stefan lacht ihn auf. Corinna und ihr Vater bringen Markus ins Krankenhaus. Eine Viertelstunde Fahrt reichte zum Verliegen und stand nach drei Tagen auf Markus Gips geschrieben. Was mit mir geht? Was mit mir geht? Was mit mir geht? Carsten war pünktlich um acht bei seiner Arbeit und war bereit für seinen Auftrag. Sein Chef rief ihn rein, sagte Sitz und Carsten saß. Höppels war fetten Halbglas mit dem Auge aus Gras. Er behandelte Carsten sehr schlecht und verstand nie, was er wollte. Carsten hingegen machte immer, was er sollte. Der Chef erzählte ihn von der Kundin, von wegen der Emanze. Carsten war das Wurst, denn er sah, sie hat Schanze. Nein, in die Freiheit und weg vom Chef. Claudia hingegen war einsam. Sie sah gut aus, doch sie wusste es nicht. Sie ging kaum raus und sie sah nie das Licht. Sie brauchte einen Partner, der sie führte. Er musste nicht schön nur für sie da sein, sodass sie ihn spürte. Durch einen Freund kam sie zur Carstens Agentur. Er mochte sie gleich, als sie ihm durch die Haare fuhr und dachte. Wow, was für eine Frau. Die drei Punkte auf ihrem Arm kannte er genau. Er wedelte mit dem Schwanz, sie nahm ihn an die Leine und frug. Es wird mir gehen, es wird mir gehen. Peter war müde wie nichts Gutes, doch meister eh der Aufstand nahm er einen Schluck Pilz. Gestern Nacht bis acht durchgemacht, wie gelacht, noch mehr gezächt. Was ist jetzt recht? Es geht ihm schlecht, denn er war wie ein Kung-Fu-Schaukampf, ohne Körperkontakt und das schon über ein Jahr. Sein Geist ist willig, doch das Fleisch ist rar. Die Britta war auch nicht Fittler, sie saß alleine auf ihrem Sofa und litt da. Denn sie war einsam seit drei Jahren und fünf Monaten und ihrer Knochen moderten, weil sie sich nie regte. Und wenn dann regte sie sich auf, war ihr Bier alle, alle. Ach du Scheiße, Bier leer. Bier, 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 Bier. Doch es ist keiner da, der es ihr bringt. Da muss sie wohl selber gehen, zum Laden an der Ecke. Doch ist man so müde wie sie, ist das ne große Strecke. Für Britta jedoch ist nichts schlimmer als ne Stunde ohne. Na, da muss ich wohl los. Nur zwei Sekunden später denkt auch Peter. Na, da muss ich wohl los. Und sie gehen. So müde wie sie sind, sehen auch beide aus. Sie haben mehr Ränder als Augen und man mag es kaum glauben. Während Peter nach dem Bier griff, griff Frau Peter. Als sie sich berührten, rief so sie ein Gewitter. Zu ihnen war sie das, wonach er sich sehnte. Und er fragte sie müde, als sie ihn angehnte. Willst du mit mir gehen? 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 Willst du mit mir gehen?